Warnung! Die Stunts in diesem Film wurden von Professionellen gemacht. Also für eure Sicherheit und die Unterstützung von denen, probiere nicht die Stunts, die ihr zu sehen. Nein, wir haben nicht nur hier das schöne Lanzkron, Goldbock und Puppenschnulze. Aber hier die ganzen Lanzkron Biere getestet, nein. Kapuze muss weg, Pullover muss auch gleich weg. Wir haben noch was vor uns und zwar dieses Sixpack Belgische Biere. Guckt euch das mal an. Ich habe darauf gewartet, dass der Hannes mit rein springt in das belgische Bier. Ja, genau. Hier steht, das müssen wir euch erst mal zeigen. Da steht hier Brot in Belgium. Dann steht Sex Birees Belgische Exklusives. Produkt of Belgium. Dann ist Ort 10-5-10-5-7-2-9. Das ist nicht geordnet. 10-5-10-5. Die Belgier, die wissen, was gut ist. Das habe ich im Urlaub, im Urlaub als wir in, ähm, ähm, wie heißt das mit dem Witz? Da hieß hier, wo wir waren im Urlaub, habe ich das gesehen. Das musste ich unbedingt mitnehmen. Mit belgischen Bieren. Und das wollen wir jetzt testen. Und dafür stelle ich euch jetzt hier hin. Und dafür tue ich mal kurz den Pullover ausziehen. Weil mir jetzt gerade die Hitze hochkommt. Oh! Zauber, Janne! So ist es nicht so dunkel, weil jetzt habt ihr hier Arme. Und vorher hat man ja gar keine Arme gesehen. Übrigens ist Marie gerade vorbei und hat mir dieses blaue Armband geschenkt. Grüße an Marie. Dankeschön dafür. Mein Gelbes ist nämlich kaputt gegangen. Oh! Jetzt machen wir mal die belgischen Biere aus. Gucken wir mal hier rein. Diesen Karton, der richtig komisch auseinander geht. Da sind sechs Flaschen drin, aber das ist alles ja nur 0,33. Das heißt der Hannes und ich, wir werden uns ja jetzt schon locker durchkämpfen. Dann sind wir auf 5,1. 5,2. 2,5. Hannes, ich bin jetzt schon wieder total beeindruckt, wenn ich das sehe. Ich stelle es mal wieder zurück. Wenn ich das sehe, dann denke ich, wir müssen mit dem anfangen, wo der Deckel am langweiligsten ist. Und das ist der, der aussieht wie bei der Oettinger Flasche oben. Das ist nämlich dieses hier, weil dieser Deckel sieht einfach nur so ganz normal aus. Und dann guckst du vorne dran und siehst hier dieses Bohrem. Bohrem. Triple, Triple. Bohrem. Da ist ein, was ist da? Ein Strauß? Ein Kranich? Ein sonst was? Da ist irgendwas drauf. Du hast sogar 25 Cent Pfannenstelle. Das sind keine 8 Cent für Bierflaschen. Das sind 25 Cent Pfannen. Triple Bornem Triple. Bornem Triple ist ein Abteilbier mit besonderer Nachgärung. Dieses Bier hat einen intensiv hopfigen und vollen Geschmack. Eine ausgezeichnete Balance von süßen und bitteren Aromen. Sowie eine dichte Schaumkrone. 9 Prozent. 9 Prozent für dieses Triple Bornem. Das Etikett finde ich auch schon wieder richtig cool. Denn das glänzt. Das funkelt. Das leuchtet im Dunkeln. Das ist einfach verstrahlt episch hin und her. Wir haben immer noch keinen Öffner. Da bin ich doch eher für das guten Track. Das ist schon wieder zum Mäuse melken. Wir nehmen mal die alte Flasche. Und machen das mal mit der alten Flasche auf. Jetzt müssen wir aufpassen, weil wir haben ja nur 0,3. Wir müssen das jetzt hier irgendwie aufteilen. in die Gläschen. Einmal für mich, einmal für Hannes. Hannes, ich teile jetzt auf. Danach teilst du auf. Damit, wenn ich es verkack, verkack ich es. Wenn du es verkackst, verkackst du es. So, jetzt das ist das Bornem. Ich muss es nochmal zeigen. Guckt es euch an, wie es aussieht. So sieht das aus. Richtig stark, wie ich finde. Probier es mal. 9,5. Hannes, Prost. Früher haben wir mal die Farbe bewertet. Aber es ist sowieso total trüb. Farbe sieht gar nicht gut aus. Ich habe das Gefühl, es schmeckt wie Ipa. 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 Genau, Ipa. Das hat ein bisschen dieses Spülmittel-Feeling. Okay, da gebe ich dir total recht. Das heißt, das was man davor hat. Diese ganzen Landskronen. Die haben auf jeden Fall besser geschmeckt. Definitiv. Jetzt kommt dieser komische goldene Strauß, der hier rumfliegt und ist irgendwie so... Keine Ahnung, was das ist. Na ja. Ist auf jeden Fall nichts für ein Genuss zwischendurch. Wir müssen den Rest aber trinken. Wir müssen zum nächsten fortschreiten. Also Bornem. Bei dem Bier muss der echt stockgesoffen sein, wenn du das noch trinken möchtest. Acht Prozent. 9,5. Das ist richtig. Brauereien von Steenberge. 9 Prozent. 9 Prozent. Acht Grad meine ich doch auch. Acht Grad Celsius. Ich habe nämlich hier auf die Temperatur geguckt, was da steht. 9 Grad Celsius, 8 Prozent. Inhalt 33 Centiliter. Jetzt weißt du es aber. Das haut meines Zeug. 10. 9 Prozent. 10 Prozent. 10 Prozent. 10 Prozent. So kommen wir mal zum Zweiten. Das Zweite, was ihr hier aus diesem Karton nehmen würdet, ist natürlich das Blaue. Weil das Blaue ist wie das Goldene, einfach nur einfarbig. während auf den anderen überall irgendwelche Muster drauf sind. Wenn wir das einfarbige nehmen, haben wir wieder ein Bornem. Das ist dasselbe wie eben, nur diesmal mit einem blauen Elikett. Denn diesmal ist es das Double Double 1789. Hier stand 1789. Versteht ihr? Triple Double ist das jetzt weniger, weniger stark, weniger eklig. Das Ding hat 7,2 statt 9%. Bornem Double ist ein Abteibier mit Nachgärung. Das Bier hat eine dunkelbraune Farbe und einen Geschmack, der an Getreide erinnert. Wenigstens ist die Beschreibung eine andere. Das Etikett hinten, da ist so goldene Schrift drauf. Vorne, das glänzt auch golden. Sieht ja eigentlich gut aus. Wir nehmen jetzt einfach wieder hier die andere Bierflasche. Ich frage mich bloß, wie er sowas zaufeln kann. Hannes, jetzt musst du einfüllen und aufteilen. Ich vertraue dir jetzt komplett. Jetzt muss ich aufteilen. Was machen die eigentlich die ganze Zeit? Streiten die, diskutieren die? Ich weiß es nicht. Beraten die sich über das Wetter? Ich sag doch nur jetzt nichts, weil sonst wäre ich gleich wieder als Rassist auch schlecht. Wer Bornem trinkt aus Belgien, der kann kein Rassist sein, weil der unterstützt ja die belgische Nationalmannschaft mit Bornem. Ja, genau so sehen wir. Boah, in den USA. Was haben sie gesagt? Das ist dunkel. Was seht ihr? Das ist wirklich dunkel. Aber das ist rotfuchsig-dunkel und da drin schwimmt ein Schmarren. Das spielt eine dunkelbraune Farbe und ein Geschmack, der an Getreide erinnert. Siehst du, dass da drin der Geist aufsteigt? Da ist ein bisschen Schmand mit drin. Meiner ist weg. Die Farbe finde ich eigentlich ganz cool, interessant. Trotzdem ist es total trüb. Es ist nicht klar, es ist trüb. Hannes, habt's schlieb, gell? Ja, ideal, ne? Schuhen wir zum Balkon hin da. Ja, ich schau mal die Europa an. Wir haben die zwei Sonnenschirme, als ob er den jetzt nimmt und damit runterspringt, weil er denkt, er kann dann fliegen. Boah, das erinnert mich alles an IBA. Alter, das ist eine Katastrophe, ey. Hey, wie können die Belgier das bloß saufen, das Zeug? Das erinnert mich an ein Schokoladenbier. Boah, ho, ho, ho. Also es ist auf jeden Fall was Besonderes. Aber nicht für uns. Es hat weniger als das andere, aber es schmeckt viel schlimmer. Da holst du dir lieber das 9%ige statt das 7%ige. Denn das 9%er knallt mehr, schmeckt besser als das. Die Farbe ist cool, aber der Geschmack, das ist halt so richtig, wie, das kann da nicht hin, das gehört da nicht hin. IBA. IBA finde ich schlimmer. Ich finde, das hat halt so was leicht schokoladiges, irgendwie so eine Kakaonote, ein bisschen. Sollst du mir jetzt die Schokoladenbier machen? Auf jeden Fall, zartbitter Bier gehört nicht hierher. Ja, danke. Der Opa ist auch wieder rein gegangen. Aber Hannes, keine Sorge, wir haben noch vier vor uns. Oh, 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 oh. Ich würde jetzt mal mit dem Auge entscheiden. Und zwar, wenn ich sehe, dass die alle hier ein ganzes Kostüm anhaben. Und hier ist eine 3. Wir sind jetzt beim dritten Bier. Ist ja klar, dass ich das Bier nehme und eine 3 draufstehe. Das ist ein Shrippel Hop Pirate. Das ist ein Pirat. Und das steht hinten drauf. Die spezielle Auswahl an verschiedenen Hopfensorten verleiht dem Bier seinen besonders ausgewogenen Geschmack. Bier nach belgischer Art gebraut. 10,5 Prozent. Seht ihr das? Wie das hier einfach ein Triple Hop ist? Das goldene Schiff mit dem goldenen Segel mit der 3 drauf. Und da steht noch Pirat. Ich glaube, da sind eh zwei Piraten drin. Ja, sowieso. Zwei Piraten, zwei komische goldene Vögel. Und ein Gulentrack. Zwei Gulentrack. Und dann zwei andere, wo das ganze Bier ein ganzes Kostüm anhat, weil bald Halloween ist. Gulentrack. Ja, das sieht auf jeden Fall, ich habe noch nie so eine Bierflasche gesehen, wie das, was dann kommt. Weil das ist von unten bis oben komplett zu mit einem Mandel. Und das sieht lustig aus, Hannes. Das muss ich dir jetzt mal sagen, so wie es ist. Das sieht auf jeden Fall lustig aus, Hannes. Hannes, das sieht aber auch lustig aus. Guck, dein Bier macht nämlich schon wieder hier Faxen. Ich habe mehr Schaum als Bier. Das hört sich gut an. Letztens ist das Bier übergeschwappt und trotzdem ist der Tisch wieder sauber. Das finde ich sehr gut. Hier ist deine Eiscreme für dich. Das stelle ich mal weg. Etikett finde ich cool. Etikett finde ich cool. Ich kann nichts dagegen sagen. Das Etikett ist einfach Bombe, Hannes. Nimmst du, machst Glas in die Hand. Hältst es mal hoch. Siehst du jetzt den Geist, der da drin rumschwimmt. Das ist hier wieder Hopfenextrakt oder was, würde der Fahrer wieder sagen. Ich sehe da gar nichts. Ja, bei dir nicht. Aber hier, dein ist halt eine ganz andere Farbe. Meinen ist eher orange, deinen ist eher gelb. Verstehe ich nicht. Da schwimmt das Hopfenextrakt drin rum. Ja, doch ganz leicht da hinten im Hintergrund. Hannes, Prost. Müssen wir kurz probieren, wie es schmeckt. In den Schaum auch oder kann ich den Schaum wegpusten? Oh. Oh Gott, schmeckt zu bestialisch, Alter. Oh, ja. Das geht ja gar nicht. Was wolltest du eben mit Ipa? Ja, Ipa. Eben redet er von Ipa. Jetzt hat er die geballte Ladung gespürt. Der Pirat weiß, dass er nicht ins rote Meer sticht, sondern in den Hannes, seinen Kopf rein und in den Magen gleichzeitig. Also ich hätte gerne irgendwie eine Silbele Kugel. Aber ich glaube, du hast Glück, weil das ist Triple Hop. Da ist vom Pirat bestimmt nur noch das Double Hop drin. Wenn ich das andere sehe, dass das Triple und Double ist, müsste da ja auch Triple und Double sein. Die Bälle machen mir die Piraten. Triple Hop Pirate. Spülmittel Deluxe. Kannst du nicht saufen. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Aber wir müssen es trinken. Aber wir haben noch ein zweites davon. Müssen wir. Du kriegst auch gleich noch das zweite Pirat hinterher, weil das andere ist auch ein Pirat mit einem blauen Etikett. Weil das war ja eher grün. Also, ob er neu ist. Schon ist das Glas leer. So, wie versprochen, haben wir das nächste Pirat mit dem Piratenschiff drauf. Mit eher so einem blauen Etikett zum Vergleich. Das war das grünliche Etikett. Das ist das blauen Etikett. Hier steht, Arno 1784. 10,5 Prozent. Genauso wie eben das. Pirate. Hier steht Triple Hop. Da steht gar nichts. Was heißt das jetzt? Ist das einfach ein normales? Das sind drei Hopfen. Ist da drei drin? Drei verschiedene Hopfen. Und da ist nur einer. Also einmal Hopfen. Gar kein Hopfen. Gut. Ja, Hopfen ist auf jeden Fall drin. Pirat ist ein Abteibier mit Nachgärung. Dieses Bier überzeugt mit besonders ausgewogenen, bitteren, malzigen und würzigen Aromen. Bitter magst du nicht. Malzig magst du nicht. Nein. Würzig? Ja. Das redet es jetzt auch nicht mehr wahrscheinlich. 10,5 Prozent. Oh Gott. Bei dem anderen stand nur ein besonders ausgewogener Geschmack und es war einfach nur bitter und eklig. Aber egal. Ich nehme statt dem Bier zwei Habaner raus. Guck mal. Jetzt ist hier schon eine Kante rausgeplatzt und hier jetzt auch. Wunderbar. Ich habe mich vorhin gewundert, was hier rumgeflogen ist. Wahrscheinlich splatter die Flasche in zwei. Also das ist der blaue Pirat. Hannes, ich glaube, du musst es einschicken. Ich muss es einschicken. Boah, es ist noch drei Bier. Ich muss ganz dringend auf die Toilette. Ich hoffe, wir schaffen das noch. Jonas, alles Gute. Bald trägt Papa auch Windeln. Ich hoffe, ihr wisst, dass wir das nur für euch tun zum Unterhaltungszweck. Eigentlich sind wir gesittete Bürger mit Schlips und Kragen, die im Porsche rumfahren. Aber ab und zu setzen wir uns hier hin, damit ihr Freitag eine Premiere habt. Keine Porsche-Limousine. Wir lassen uns fahren. Limo, du, deine Soft-Getränke immer. Natürlich, was glaubst du denn? Es ist, als ob das jetzt schon aufgeteilt ist. Jetzt steigt der Schaum. In die Höhe. Ist es jetzt leer oder was? Jo. Jetzt ist es leer. So. Da steigt kein Geist auf. Es ist trotzdem ein bisschen trüb. Ich würde sagen, es ist trüb, dann gucke ich da hin und denke, was ist das denn? Das ist glasklar im Gegensatz zum Hannes-Sein. Weil ein Hannes-Sein ist so trüb. Ich erkenne gar nichts. Bei mir kann ich ja noch durchgucken und sehe die Kamera dahinter. Guck mal, du siehst hier die Kamera durch, oder? Das Display. Und hier? Gar nichts mehr. Nichts. Da ist einfach Stephen Kings der Nebel eingereist. Also, ich verstehe. Weil das unten der Bodensatz war. Ich trinke jetzt davon die Hälfte und er trinkt davon die Hälfte und dann tauschen wir. Ach so. So entsteht also Herpes. Prost Hannes. Prost. Lass dir es schmecken. Jo. Eine bittere Norde. Oh Gott. Das hast du ja wieder schön gemacht. Das war wieder ein Trick vom Hannes, um mich reinzulegen. Von wegen, ich trinke die Hälfte, du. Ich habe ungefähr die Hälfte getrunken und Hannes hat einfach das ganze Glas leer getrunken, damit er jetzt meins noch trinken kann, damit er mehr trinken kann und ich weniger trinken kann, damit er viel mehr Bier in sich hat als ich. Das ist also sein Plan gewesen. Er wollte einfach nur mein Bier. Er hat seins ausgetrunken und mir ist ein leeres Glas gegeben. Schmeckt's? Ja, es geht. Was mich total überrascht, weil nach dem ersten Pirat, der richtig abartig war, steht auf dem zweiten drauf, dass der bitter ist und er ist eigentlich gar nicht bitter, weil der erste war total abartig und der zweite ist irgendwie viel angenehmer und schmeckt. Also so zum Soh trinken, so irgendwas. Nö. Nö. Hannes, ich glaube, es hat bisher noch nie jemand in dem Beer-Tasting sich übergeben. Nö. Aber ich muss aufs Klo. Schaffst du es noch? Was machst du denn da wieder? Nö. Der will heute noch eine Mars testen, eine Mars kreieren, eine Halloween Mars, hat er gesagt. Er ist es mir lieber als Piraten. Na. Die Piraten Mars ist jetzt neu. Du hast einfach die zwei belgischen Piratenbiers zusammenschütten in ein Glas und machst oben noch ein bisschen, machst noch eine Augenklappe mit rein und dann hast du die Piraten Mars. Soll ich deins noch trinken? Komm, das ist eh mein Glas. Gib das her. Du kriegst dein Glas zurück, ich nehme mein Glas wieder. Das ist mein Glas. Hey, Mensch, das Bier ist so schrecklich. Ich sag's dir, ich sag's euch, das Bier ist so was von abartig, so eklig. Aber besser als das davor. Hey, da fress ich lieber nochmal die ganzen Habaneros vom, 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 äh, äh, Ding. Die ganzen Habaneros, die ganzen Chilis nochmal. Da hab ich, das ist mir lieber als das hier nochmal. Hannes, schwarz oder weiß? Schwarz. Ich denke mal, das Schwarze wird wahrscheinlich brutal und schlimm sein. Und das Weiße ist weniger. Ich bin ja eher, ich mag er weiß. Ich bin eher die schwarze Seite. Deswegen ergänzen wir uns ja auch immer so gut. Ich hing und er jang. Ja, aber wenn du das Schwarze willst, und ich eh denke, dass das Schwarze bestimmt stärker ist als das Weiße, dann müssen wir ja das Weiße zuerst nehmen, damit das Schwarze der Endgegner wird. Ja, dann machen wir halt den Endgegner. Und deswegen ziehen wir jetzt den Golden Drug und guckt euch das mal an. Was ist das? Weißer Deckel, weiße Flasche, komplett drumherum. Aber warum? Das hat ein Ganzkörperkostüm aus Belgien erfahren mit 10,5. Ich vergleiche mal kurz. Das Schwarze hat auch 10,5. Also die Prozente sind gleich. Es ist trotzdem ein Golden Drug Classic. Das authentische dunkelrote Triple. Ein dunkelrodes Triple aus Belgien. Golden Drug. Ich finde die Flasche so genial. Ich weiß nicht. Ich liebe die Schwarze. Also die Schwarze gehört mir besser. I'm the white born, he's the black born. Da hinten steht auch nochmal Dark Beer with Refermention. Dunkles Bier mit Nachgärung. Bier nach belgischer Art. Golden Drug, the authentic dark red Triple. Das authentische dunkelrote Triple. Was sagt ihr denn dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde, das sieht aus wie so ein Softdrink aus dem Kaufland. Sollte man aber nicht unterschätzen. Ich tue es jetzt mal mit meiner Flasche hier aufmachen. Hannes. Jetzt noch. Jawohl. Diesmal ist keine Kante abgebrochen. Das ist gut. Ich darf das weiße einschüben. Ja. Oh, das ist aber dunkel. Ja gut, es stand ja auch dunkel Bier drauf. Das weiße ist dunkel. Oh, genau. Nein, 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 nein. Die Kesterproduktion. Der Hannes. Guck dir den an. Die Kesterproduktion. Man muss ja jetzt auch hier schon mal ein bisschen wieder. Ich komme nicht auf den Bildschirm drauf. Bildschirm wäre doch mal hell. Ich will da nochmal rum und drücken. Normalerweise drückt man ja auf den Bildschirm und dann wird der Bildschirm wieder hell. Ansonsten guckt euch das an. Wieso funktioniert das bei dir und bei mir nicht? Da habe ich keine Finger mehr oder was? Das ist der Hannes. Das ist der Kästow. Genau. Das ist die Produktion. Guckt euch das Bier an. Guckt euch das Golden Drug. Ich finde das so genial, diese Flasche. Belgisches Bier mit 10,5. Golden Drug. Und bei uns. Ich sage ja, wir passen gut zusammen. Du ying und yang. Das ist doch. Das siehst du gar nicht so gut, wenn du das so stehen hast. Warum auch immer. Jetzt muss ich bei mir, nee, eigentlich muss ich bei dir noch was einfüllen. Bei dir geht gar nichts mehr rein. Aber eigentlich muss bei dir noch was rein. So, Hannes. Kann ich jetzt abwarten? Bis der Schaum weg ist. Weil der Schaum steht mir sonst gleich wieder ein bisschen oben hin. Hannes, ich muss mal kurz austreten. Ja, dann treten wir aus. Der Chef muss austreten. Ja, er muss austreten und ich erwarte, bis mein Schaum etwas... Weißt du, was das hier ist? Hagebutten. Das sind Hagebutten? Hagebutten. Sicher? Ja. Können Sie mal mitbringen? Hagebutten ist gut. Aber auch wegen, ich glaube, die haben, glaube ich, dieses Juckpulver, glaube ich, drin. Juckpulver. Die haben dieses Juckpulver. Obwohl, wenn ich mir unten den Zipfel angucke... Ja, ja, Hagebutten sind das. Ich glaube, selbst auf der Hagebutten-Tee-Packung sieht das auch so aus. Dass da hier unten so ein Zipfel ist. Hagebutten sind cool. Weg damit, du cooles Hagebutten. Hagebutten-Tee ist cool. Es hat sich schon fast gelegt, das Bier. Das heißt, guck mal, es wird plötzlich jetzt heller als vorhin. Wir warten die ganze Zeit drauf, dass es dunkel wird. Dass wir die Halloween-Mars drehen können. Richtig. Aber es wird immer heller jetzt. Jetzt wird es auf einmal hell, weil plötzlich... Scheiße! Die Kamera war aus, aber ist nicht schlimm. Ihr habt nichts verpasst. Hannes ist immer noch da. Hannes ist am Start. Es wird immer heller von Sinn. Merkt ihr vielleicht. Vergleicht mal Anfang des Videos mit jetzt. Es ist heller geworden, oder? Ist nicht gut. Eigentlich wird es dunkler, aber es ist irgendwie heller. Wir wollen die Halloween-Mars drehen, aber wir müssen erstmal hier diesen Dragunov probieren. Wo habe ich den jetzt hingestellt? Guten...Drag! Und so sieht das nach nichts aus. Aber wenn ich das andersrum halt, die Kamera in der Hand habe und drauf filme, dann sieht das so genial aus. Hannes, ich glaube, wir können jetzt mal probieren. Die Farbe ist wieder schön Edelsteinbärenrot. Also Karmesin, so ungefähr. Na ja. Probieren wir mal. Na ja, sag doch mal. Na ja, probieren wir mal. Es ist halt na ja. Und was spricht's? Schmeckt wie Schwarzbier. Mit malziger Note. Ich mag das Zeug gar nicht. Guten Tag. Aber wenn das Weiße schon schwarz ist, dann ist das Schwarze ja dann was? Weiß? Ne. Noch schwärzer. Dunkelschwarz oder was? Na, hoffen wir mal nicht, dass das Schwarze-Weiß ist. Also das wäre... Du bist ja noch nicht fertig. Also einen Hannes schmeckt's gar nicht. Ich finde, es hat schon wieder so eine richtige... Ne. ...malzige Note mit richtigem so Bodensatz drin, was es hasst, wenn du ein Schwarzbier trinkst. Das ist schlimm. Hast. Hast. Husky. Es ist was Besonderes. Ich finde, die Flasche sieht richtig toll aus. Es ist ein tolles, besonderes Bier. Das musst du trinken. Das musst du genießen. Da trinkst du dich einfach zehn Stück. Wie von Sternburg. Da sagst du, ich nehme eins und dann gehe ich nach Hause. Das ist aber das Einzige, dass die Flasche gut ist. Ach gut. Dann kommen die Schwarze und dann rede ich die schlecht. Das sage ich dir. Ich glaube, ich liebe Schwarz. Weil du das Weiße schlecht redest, deswegen muss ich ja das... Ne, aber ich sage, die Schwarze sieht nicht schlecht aus, aber das Bier schmeckt wahrscheinlich genauso geschissen. Freundliche Dame. Ich trinke jetzt mal noch hier. Ich gucke mal zum Balkon. Ja, ich auch. Hannes. Du weißt, auf Weiß folgt Schwarz. Das heißt, wir nehmen das letzte Bier, den Golden Drug. Mit dem schwarzen Deckel, mit dem schwarzen Etikett. Da steht auch drauf, Golden Drug. An exceptionally rich and complex flavor plate. Ein außergewöhnlich reiche und komplexe Geschmackspalette. Also das ist eigentlich alles drin. Ipa, Ale Ale, Schwarzbier. Alles, was der Hannes mag. Ja, auch ein wenig. Bernstein blondes Bier mit Nachgärung. 10,5%. Also das weiße Dunkel. Aus Sicherheitsgründen müssen wir euch das nochmal so zeigen. Das war das Weiße. Hier guckt, Golden Drug, wo ihr alle sagt, das ist richtig cool. Ramses, du bist der Beste. Und dann kommt jetzt das vom Hannes. Und das ist das. Schwarzer Deckel, schwarzer Schaft, schwarzer Drache, schwarze Schrift, Golden Drug. Und da ist jetzt die ganzen Reste, die bei McDonalds immer auf den Boden fallen, sind da jetzt drin, vereint in einem deutschen Bier aus Belgien. Das ist eine deutsche, belgische Bier vom McDonalds, was... Ich nehme sogar die weiße Flasche, um die schwarze Flasche aufzumachen. Grüße an Messesgott. Messes. Messesgott. Der Meth-Head-Gott, Alter. Genau. Meth-Head-Gott, Digga. Du machst nur Videos über Meth. Genau. Mach mal was anderes. Du kannst nicht immer sagen, ich bin ein Meth-Gott, ne? Ich habe es nicht aufgekriegt, Hannes. Hast du was zum Öffnen? Dein Ding oder was? Ich bin ein Meth-Gott, ich mache Videos über Meth. Mein... Tastet jetzt den neuen Big Tasty Meth. Ne, aber ich warte halt immer noch, dass er endlich mal nach München kommt und dann am Stachus dann den McDonalds probiert. Ey, ich habe jetzt einen Hut auf. Guck dich es an, Sau Marianne, du. Weil bist du noch dran, du bist der Schwarze. Ich bin dran. Jetzt ist die Mütze auch richtig, weil die Mütze... Also... Das ist ja nur Schaum, oder was? Hier muss ich holen, ja. Ja, aber die Farbe ist nicht schlecht. Wenn du fertig bist, sag Bescheid. Alles klar. So lange kann ich hier den Boden aufmachen. Dann kann ich nämlich hier durchgucken. Was ist das denn? Dieses belgische Bier. Scheiße, jetzt ist es kaputt. Ich wollte es doch noch so machen, damit ich es mir hier drüber ziehen kann. Pass auf, Hannes. Die Farbe ist aber nichts im Vergleich zu dem anderen. Du hast es geschafft, beides gleich einzufüllen. Ja. Da kriegst du erstmal ein Bienchen ins Heftchen. Oh, das ist aber schön. Das ist sehr schön. Aber bitte mit einem bösen Smiley. Eigentlich muss man gar nicht warten, weil wahre Männer trinken auch jetzt schon. Die tun das halt so, dass sie das dann drin haben. Da ist schon wieder der Geist. Siehst du den? Ist der bei dir nicht, oder was? Zeige mal. Ich habe den Geist in mir. Hannes, was du alles in dir hast, sehe ich immer, wenn es aus dir rauskommt. Das ist Geist von oben bis unten. Guck doch mal. Das ist schon wieder. So viel ist klar. Und so viel ist Geist. Und beim Hannes ist so viel Geist einfach nur. Hannes ist ein kompletter Geist. Und hier ist, das ist alles klares Bier. Und hier oben ist ein bisschen Geist. Bei ihm ist alles, alles komplett. Die dunkle Seite einfach. Das macht gar keinen Sinn. Macht das gar nicht. Mann, Prost. Hey, daran sieht man, dass du Ying und ich Yang bin. Ich bin die dunkle Seite, du bist die helle Seite. Nein, danke. Belgisch. Mann, das ist Belgisch. Ach, das weiße fand ich besser. Guck. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich finde beides schlecht. Wünsche dir jetzt den Piraten zurück, der so bitter geschmeckt hat. Die Ippa. Ja. Da bin ich ehrlich. Hannes ist ein Ippa-Pirat. Nein. Das kriegst du auch nicht mehr raus. Das ist ja seit der Geburt. Ja, richtig. Deswegen ist es A-Sipa. A-Sipa. A-Pipa. Aber Hauptsache 25 Cent Pfand. Richtig, genau. Da können wir uns für diese gescheite Biere holen. Das Problem ist, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie das davor geschmeckt hat. Beschissen. Deswegen kann ich das gar nicht vergleichen und beurteilen, weil ich schmecke jetzt das und denke mir, okay. Ich habe Erinnerung, dass es genauso geschmeckt hat, nur noch schlimmer. Ich weiß gar nichts mehr. Beschissen, ich kriege mir Rest auch noch raus. Ach Gott. Warum muss ich das bloß antun? Das tun wir uns doch nur für die Gummitieren. Für die Gummitiere tun wir uns das an. Nur für die Gummitiere. Guck, wie der Hannes die ganzen Gummitiere ins Glas reinmacht. Das ganze Schaum, das. Möchtest du jemanden grüßen von den Gummitieren? Ja, ich grüße Ramon, Sandra, den kleinen Jonas Sabanero und Marie. Vielleicht auch noch die Genaya und die Sabrina. Ja, natürlich die auch, aber an erster Stelle Ramon und seine Familie. Den Matze und den Patsch und den Sören und den Benni. Ja, alle. Und den Miku. Was? Miku? Miku. Und den Heiko und den Andreas, du Mann, du Mann, du Mann. Ja, alle zusammen. Und den Silvio, den Scheinungs. Genau, Silvio sowieso, ja. Naturin, Flati, Bierschanger, Bad Spencer, der Renzel, der Renzel und den Prinz und Mastagosi, die Sandra auch heißt. Was ist mit dem Thomas? Was ist mit dem Thomas? Was ist mit dem Thomas? Thomas ist auch noch, ja. Batsch, Thomas. Und der Bo und der Fahrer. Genau, genau alle zusammen. Und der Gündas schon, Sarina. Sarina hat man schon, ja, aber nochmal. Du nett. Sarina grüße ich auch nochmal. Das habe ich schon hier eingebracht mit drin. Allesamt grüße ich. Der Dennis und der Nettgust und der Skorpions, der uns immer die Bierkrüge sponsort hat. Genau, richtig. Deswegen müssen wir heute auch noch ein, äh, was müssen wir? Die Halloween-Mast. Deswegen müssen wir noch ein Marsgetränk aufnehmen, wegen den, der Skorpions ist unerbittlich. Der hat uns schon wieder Marskrüge geschickt und gesagt, mach mal was draus. Ja. Da müssen wir nachliefern. Das ist komplett. Definitiv. Komplett ist das. Da kannst du nichts machen. So. Und nicht zu vergessen, Wrestling steht ja heute auch noch an. Darauf erst mal ein Pat Spencer-Dreitschen. Das war es von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Belgische Biere. Prost. Peace out for out. Euer Ramses. Und euer Hannes. Vierzeig. Vierze. Vierze von euch. Genau. Schmeck es. Genau. Vierze. 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 Vierze.